Was soll im Sommer sein? Naja, wenigstens habe ich noch ein bisschen Tee. Warmer Tee bei dem Wetter ist doch schon etwas Schönes. Steht übrigens jetzt, dass halt immer wieder die Welt untergehen soll. Glaubst du daran? Ne, voll nicht. Also ich glaube irgendwie, sie wird untergehen. Ich war mir so ein bisschen Sorgen. Ne, voll nicht. Mal so, zeig ich dir. Stimmt, sie geht nicht unter. Da bin ich aber ruhig.